Julia, wie ist dein größter Weihnachtswunsch? Habe ich nur einen Wunsch oder darf ich mir mehrere Sachen wünschen? Mehrere? Also, natürlich wünsche ich mir wie alle, dass wir gut durch diese Pandemiezeit kommen und dass so wenig wie möglich Leute erkranken und daran sterben. Aber für mich selber würde ich mir wünschen, dass ein bisschen mehr Leichtigkeit in mein Leben kommt und dass man sich einfach wieder so freuen kann oder dass man jemanden mal ohne Maske wieder anlachen kann und miteinander Musik machen, würde ich mich sehr darauf freuen. Und so weltliche Sachen, ich würde mich total darüber freuen, wenn ich mal wieder zu dem Eichelgespiel gehen könnte oder ein Konzert besuchen. Das sind viele Wünsche. Ja. Und sie sind schön. Danke, dass du uns das gerade gesagt hast. Ja, sehr gerne. Dann wünsche ich dir schöne Weihnachten. Ebenfalls. Bitte. Das war's wirklich. Ja, sehr gerne. chợ! Und du bist. Ich bitte.